Willkommen zurück zu Let's Play Together hier mit CusaGamingDude und die Sims und Mr.Karren, also ich bin hier gerade total irritiert so ein bisschen. Moin. Wovon denn? Ja hier von den ganzen Zombies. Oh das sind ziemlich viele. Das war echt ne ganz schöne Meute gerade. Ich hab da die rammbekommen. Sorry. Alter hier ist einer nur. Okay fertig. Ja hier ist alles tot. Wir hatten hier aufgeräumt. Was macht ihr denn da hinten? Was macht ihr denn da hinten? Kommen sie nicht mit der Säure in Berührung. Ja schön. Oh Boomer. Ich musste hier eben mal mein Geschäft verrichten. Geschäft verrichten? Grün und flüssig. Dürfen wir zugucken? Ja wenn es euch gefällt. Kann ich aktiv beteiligen. Ja ich kann auch was dazu beitragen. Leck mich. Kamikaze. Wo kam der her? Ach das bist du. Sorry. Ja sorry. Ui da kommen paar. Grund genug um zurück zu bauen. Nein das war ja nicht mit Absicht. Da steht ein Zombie. Das war reiner Reflex. Das war mit dem Wehr. Das hab ich gesehen. Was war das? Mit dem Wehr. Nicht mit Absicht. Oh Gott. Achtung. Ein Jockey auf mir. Ein Diss Jockey? Ja ein Diss Jockey. Hier hinterm Schild. Hinterm Straßenschild. Ach mach ich schieß die ganze Zeit ums Schild. Wer wird denn da angerufen? Irgendwas klingelt. Leute ich bin gleich tot. Alter ich bleib so ein fettes Vieh an. Alter. Warte mal ich helf dir mal. Ja wem? Ja ich lieg auf dem Boden hier hinten. Beiden. Ich schieß einmal hier. Ah danke. Der erste ist frei. Warte D-Sims. Wieso sag ich immer D-Sims? Weiß ich nicht. Nenn mich wie du willst. Gib mir jetzt Tiernamen. Nein bitte nicht. Ist Joachim okay? Ne pass auf. Joachim? 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 Oh pass auf Joachim die kommt. Alles klar danke Dirk. Kann ich mal einer wieder belegen? Achso. Ich bin Franz okay. Franz okay. Herzlichen Dank mein Freund. Oh leck mich? Okay. Warte ich zieh die Hose runter. Oh das tut gut. Sein Medi-Pack ist immer wieder gut. Hallo. Boah ey Leute. Ist noch ein Medi-Kill. Oh sorry ich hab sie gerade geklaut hatte. Ich gib's dir. Gib's mir. Gib's mir. Oh wie ich dich betatsche. Oh in den Schritt. In den Schritt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh da kommen Paar. Schmeiß einfach runter da. Wirf mal das Fass runter und schieß drauf. Ja ich bin der der lecken tut wie Sau hier. Ich schmeiß es. Habe ich schon nicht müssen? Warte mal ich schieß mal vorsichtig. Mach mal die Tür auf irgendwie. Irgendeine von denen. Warte. 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 Mach die Seitentür auch auf. Warte. 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 Mach das. Der Boomer ist immer ein. Alter Junge. Im Leck wieder Junge. Ich bin so geil. Darauf möchte ich keine Antwort geben. Hier ist eine Adrenalin. Hier war eine Adrenalinspritze. Oh. Ihr wart so ein paar. Ihr müsst sagen wenn ihr. Warte mal hier konnte man doch glaube ich auch irgendwo. Auf diesen. Warte. Benzinkanister. Genau. Ich brenne. Das war natürlich. Boom. Genau geplant so. Hinten. Hier bekommen wir von hinten Besuch. Von hinten. 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 Oh. 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 Guten Tag. Oh Leute. Voll in die Mütze. Voll in die Fresse. Voll auf die Fresse. Oh dieses fette Schwein. Warte ich hab ihn gleich. Ich glaub die haben erkannt dass wir die Leute von Gamer Insel sind. Die wollen alle ein Autogramm. Jaja. Die stürmen alle auf mich zu. Das ist komisch. Das sind unsere Fans. Vor allem auf mich immer. Dreckschweine. Ich komm ich nicht. Sind unsere Groupies. Zum zweiten Mal hier den Arsch gerettet. Ne der Suser ist äh. Ich glaub ich hör ne Bitch. Ne Bitch? Licht aus. Ich seh die Bitch. Ich schieß die Bitch auf. Oh nein. Oh scheiße. Oh oh. Ich glaub die ist sauer. Meinst du? So ist Katana nehm ich mir. Huah. Aha. Jetzt bin ich. Das sieht's einigermaßen ruhig aus. Aber ich glaub das bleibt nicht mehr. Ne ich glaub auch nicht dran. Ne. Es ist zu ruhig ne. Ein bisschen zu ruhig hier gerade. Das ist verdächtig. Dude du musst dich heilen. Ja ich weiß. Äh. Das ist so ein Fass. Wenn ich irgendwas finden würde. Wo? Raus da. Ach ob das Fass Katzo schießt. Dann explodiert das. Das ist schon so ein Fass. Ich glaub da unten auch rein ey. Ich war auch hier drin. Oh da hinten ist ein Medikit hier. Ja na dann. Ja warte. Dann fällt mal weiter. Oh. Ähm. Gaming Dude du bräuchtest ein. Richtig. Ja ich bin schon dabei. Oh Gott. Ah hier ist schon wieder alles voller Säure. Ja die ist aber schon tot. Hier oben sind glaub ich äh. Hier sind es ein Medikit und Pillen sind hier oben. Und? Pillen? Gott sei Dank, ich habe es vergessen, das letzte Mal zu nehmen. Leute, ja. Aber das war doch, bevor wir das letzte Mal hatten, oder? Verdammt, sorry, Blut. Scheiße. Alter, da unten? Hat jemand so eine Bombe oder so? Ja, warte. Wuii. Oh, pass auf, die kommen auch von hinten. Alter. Die kommen von hinten über diesen Zaun. Warum nicht? Bam. Ich habe da echt zwei Bomben genommen, ihr seid so Hammer. Die kommen vom Eingang von... Alter. Oh, Hilfe. Ich werde hier ein bisschen... Okay. Autsch. Ist der krachen, ist der hinten? Oh, fuck, der fährt runter. Ja, ich kann nicht... Oh, Zuse hat sie beschützt. Danke schön. Okay. Das wird nichts, ne? Ja, immer der Zuse wieder, der rett uns die kompletten Arsch. Das ist sogar mit Lag. Warum nur? Der ist in der Blaue da, kann ich schon abschießen. Der Spaß. Die Blauenrande sind immer die stärksten. Okay. Ah, okay. Die wehren sich. Richtig, richtig. Die schießen zurück. Lecht der nicht. Äh, jetzt leckt es bei mir gerade. Irgendwas ist... Oh, fuck, Achtung, Hunter. Hunter, Hunter von rechts. Hunter spricht rot. Hunter ist tot. Okay, Gaming-Dude, alles klar bei dir? Hallo? Oh. Ich glaube, der Gaming-Dude ist tot. Hat sich der verabschiedet? Ist der weg? Lassen... Lassen mobben, solange er weg ist. Ihn töten. Steht der irgendwo rum? Der kratzt sich am... am... am Nacken. Ach, der steht hier hinten? Ja, der steht da hinten einfach nur rum. So, Zuse, willst du geheilt werden? Ich glaube... Scheiß drauf. Oh, jetzt ist... Der Dude ist raus. Oh nein, er ist komplett weg. Oh, Mann, ey. Der Smoker, der Smoker, Smoker. Hilf mir! Oh, ah, da kommen ein paar. So. Ja, das ist, wenn man... Oh, hinten. Wenn man ewig lange nur rumsteht, dann... Der wollte mich heilen, jetzt kann er auch bedrungen. Ja, warte. Ja, ich hatte das ja so erledigt, aber ich hatte gerade wieder in dem Moment einen Lack, deswegen war das total... Nee, ist alles gut, alles... Oh, oben kommt ein Splitter, oben kommt ein Splitter. Da oben kommt... Hast du mich schon geheilt? Und ein Jockey. Ja, ist klar, hat dann... Okay. Jockey ist tot. Ui. Sicher? Ja, Jockey ist tot. Ich baller noch weiter. Oh, je, je, je. Wo ist denn jetzt eigentlich der Dude hin? Boah, ich glaube, der ist weg, ne? Brauche ich denn einen Stecker gezogen? Wollen wir... Der zockt, glaube ich, gerade Minecraft, wahrscheinlich. Wir machen jetzt einfach die Folge zu Ende, oder? Naja, klar, aber ich komme ja nicht von A nach B hier, verdammte Scheiße. Müssen wir hier hoch? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Warte mal, kachen, 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 bleibe mal bitte stehen. Ich bin ziemlich... Ja, genau. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Das wird ein bisschen wehtun. Du weißt Bescheid. Das ist mein erstes Mal. Und dann auch noch einen schwarzen. Also nein. Wartet auf mich. Immer mich absichern. Warte, können wir hier... Okay. Oh, da kommt so. Ich dachte, wir können die von oben ein bisschen abschießen. Da hast du wahrscheinlich recht, ihr Lee gesagt. Tot. Ach, meine Güte hier. Wo seid ihr denn schon? Äh, die Treppen nur runtergegangen. Aber was war euch los hier? Wir sind um die Treppen runtergegangen. Er kommt mit hier. Verrückte Experimente machen und hier weiter rum. Lugger. Richtig, richtig. Nice. Ja. Oh, Paradies. Oh, 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 oh. Hier liegen noch zwei Medikits. Du kannst auch die Dingsbunds-Vitrinen kaputt machen, ne? Ach, ich kann mir ja alles nehmen. Alles, alles. Das ist nice. Das ist die riesige Auswahl. Das ist der Waffen da, ne? Das ist der beste Erlange. Und hier liegen noch Laserviziere rum. Ich glaube, ich nehme die AK. Ich mache die Tür mal zu, ne? Jo, genau. Und ein bisschen Geld noch. Laserviziere, kann ich das mit der Pistole auch machen? Mit, ne, ich kann das bestimmt mit dem Katana noch machen, oder? Oh, hier ist ein Hirschkopf. Oh, ein Hirschkopf. Ah, hier ist... Sprechen sie mit dem Besitzer des Waffenladens. Machst du das mal. Ja, lass mal machen. Mach du mal. Sag ich mal. Jo, dann geht's weiter. Ist er da ready? Warte, ich hör den. Haben wir noch Granaten hier, oder sowas? Bestimmt gibt's hier irgendwo Granaten. Guckt, dass ihr auch eine der Sardegel dabei habt als Knurr oder sowas? Ich hab jetzt auf jeden. Eine Doppelte, ganz normale. Tja, der labert hier irgendwas, aber ich verstehe leider kein Wort. Wir sind rechts hinten Medikits, ne? Also, pumpt euch noch voll damit. Wo sind die Medikits? Beziehungsweise, ich mach das jetzt. Ah, hier. Ja, passt hier nämlich dann auch mit. Passt schon. So, Kinders. Okay, wollen wir? Ja, dann. Voll auf die Nüsse. Hat jemand ein Auge auf die Zeit? Nee, das ist scheiße. Boah, ich hab nur Auge auf meine Legge hier. Das ist auch gut. Ach, wir müssen da drüben hin und ihm Cola holen, oder sowas. Cola holen? Ja, Mann, nee. Öffnen sie die Lande. Ich kipp euch Rücken, der Kohl macht mal den. Okay. Warte mal. Der ist schon wieder viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Komm, gib. Ich bin hier unten alleine. Ah, nee, Mr. Kachen, wo bist du denn hin? Ich bin hier. Ach, da bist du. Ich, ich geh auf der Hecke. Ach, nein, nein, nein. Du Heckenschleicher. Haha, Hackenschütze. Oh. Toll, Besuch. Ist das eigentlich... Ja, bei mir ist alles abgeschmiert. Es ging gar nichts mehr. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Der ganze Rechner, oder was? Du warst auf einem App. Alles. Ja, alles hat komplett gelegt. Also, es ging gar nichts mehr. Ich konnte keinen Taskmanager mehr öffnen. Gar nichts. Also, keine Ahnung. Ah, kacke. Oh, na toll. Hey, Kachen, was soll denn das? Oh. Ich wusste, ich hätte das nicht machen. Oh, ich hab euch Deckung. Okay, wir müssen die Cola holen. Komm, schnell Cola holen. Okay, warte. Die kann doch nicht weit sein. Die sehen in der Ecke. Nimmst du die Cola und ich geb die Deckung? Jo, kann ich machen. Okay. Okay, komm, 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 komm. Oh, shit. Oh. Du kannst die Cola auch nochmal abstellen und mitschießen. Also, es geht auch noch. Ja, pass auf. Nein, ich hab's bitte. Alles, helf mir. Alles, helf mir. Nee, ich bin Bocki. So. Also, schieß doch mal, du dumme Sau. So, okay. Warte, weiter. Ach, du Scheiße. Okay, hast du die Cola? Ich hab die Cola dabei. Okay, ich schmeiß gleich mal, wenn ihr ganz viele Zombies kommen sollten. Eine. Oh, da hab ich ja oben. Ja. Mach, ich bleib eine Rohrbombe ruhig, wenn du hast. Ich hoffe, die ist jetzt nicht einfach irgendwo hingeflogen. Nee, ich glaub, die ist jetzt zu uns. Okay, super. Doch, die ist zum Beispiel. Naja, egal. Wir sind ja schon fast wieder da. Ähm. Hä, hä. Ich fühl mich mit meinen Cola-Flaschen hier relativ, ähm, nutzlos. Bist du die Tussi? Äh, ja. Relativ unsicher. Oh, Alter. Ich auch. Ich find's irgendwie noch nachträglich reinjoinen. Ja, ich glaub, das funktioniert, ja. Ja, ich bin dabei. Warte, ich hab die Cola mal eben weggestellt. Ja, ist alles gut. Warte mal, ich nehm mal ganz kurz den Kanister hier. Ja, lass mich doch mal durch, ihr Junge. Der gibt ja Deckung. Okay. So, jetzt ist Ruhe. Oh, geil. Danke, Alice. So, los geht's. Auf nach oben. Wieso muss eigentlich die Frau wieder die Cola tragen? Nee, ja, das ist, äh, Rollenverteilung. Oh Gott. Oh. Das ist doch immer so, wie die Frauen, die müssen sowas tun. Nimm die Cola und komm jetzt endlich hier. Warte. Hier kommen welche von oben noch. Komm jetzt her. Bin schon da, bin schon da. Go, 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 go. Boah. Bin schon da. Warte. Ah, geht die Tür hier nicht zu? Nee, die Tür geht nicht zu. Kein Plan. Ich komm nicht zur Tür. Ich werd blockiert. Vom WLAN. Ach, warte, ich muss hier eh gedrückt halten, jetzt. Okay. Der hat die Cola. Ich glaub, der hat uns beschissen. Oh. Na, das war mein Braten. Der ist explodiert. Ich hatte den noch im Ofen. Den hab ich vergessen. Gas. Iiii. Verdammt, Gasherd, ja. Ja. Müssen wir jetzt da vorne hin, vielleicht? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Pass auf, ich check das mal aus. Oh, ich bin jetzt hier wieder dabei. Hallo. Guten Tag. Ach, okay. Der Gaming Dude ist wieder da. Geile Waffe. Ja, ich bin wieder dabei. Oh mein Gott. Da ist gerade irgendein fettes Vieh, das auch zu rennen. Oh, Achtung, Tank. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Tank, okay. Oh, Arnold. Oh, der ist aber verdächtig. Das ist Arnie. Nur mal ein bisschen seitlich. Kacke, Seite. Danke. Ach so. Ich. Oh. Oh, fuck. Ich hab keine Munition mehr für meine doppelte. Äh, für meine. Passiert, passiert. Der brezelt aber ganz schön. Okay, ist tot. Ich muss einmal noch schnell Munition holen gehen für meine Waffe. Dann können wir weiter von mir aus. Oh, Jolo ist weggekommen. Alles klar. Ui. Ich muss mich mal eben heilen. Ach so, du bist am heilen. Sehr gut, sehr gut. Genau. Einfach nur das Bein verbinden und gesundheitlich wieder voll. Genau. Und läuft wieder. So, macht man das. Ich nehm übrigens auch nicht auf. Erst einmal. Ja, ja. Okay. Ich bin noch am aufnehmen. Die letzte Aufnahme, die ist leider irgendwie kaputt gegangen. Man weiß auch nicht warum. Nein, ich kann's mir auch nicht vorstellen, wieso. Es bringe Munition mit, Alter. Ich find hier nix, Alter. Und dann hier rein, hier rein, hier rein. Die Cola haben wir abbegeben. Bei euch geht schon wieder die Party ab. Na, okay. Ja. Übelste Party. So, dann rein da Susa. Ja. Schneller. Ähm, habt ihr einen Plan, wo wir hin müssen? Ja, da rüber irgendwie. Und da hinten, wo was explodiert ist, lang, glaub ich. Ja, da können wir theoretisch hier lang. Aber wir müssen auf den Susa warten, wegen der Muni. Äh, herzlichen Dank. Ja, er will hier in der Lage warten. Muni hatte ich normalerweise schon längst fertig, aber ihr könnt mir ja mal nachgucken, ob ich fertig bei euch auch mal portet oder bewege ich mich. Ähm. Ist grad weg. Nee. Ach dann, du läufst eigentlich flüssig. Ja, warte, guck mal weiter. Nee, ab und zu portest du. Ab und zu. Ist aber sehr selten. Sehr selten. Ja. Naja, okay. Warte mal, hast du jetzt Munition? Ja, ich hab Munition am Schad. Achso, okay. Na dann. Ich glaub, wir sind einfach hier lang. Ich glaub, wir sind einfach richtig da hinten. Ja, ich glaub auch, wir müssen da jetzt links hier. Ah, okay. Wo alt prozediert ist, ne? Hier, ja. Wo die Kabinett ist hier. Ja. Da, wo die Zombies sind, ist immer richtig. Ha. Weil es ist ja sehr realistisch, dass man in einer Zombie-Apokalypse immer da lang rennt, wo die Zombies sind. Ja, das ist, äh. Würde ich auch machen. Genau. Um zu überleben, macht man schon so manches, ne? Genau. Auch in einem sicheren Tod rennen. Genau. Oh, ich hab ein Munitionspaket gefunden. Das kann ich auf den Boden werfen, um sie mit dem Team zu teilen. Ah, das ist Brandmunition. Brandmunition ist sehr gut. Ich teile nicht, das ist alles meins. Oh, sorry. Hör auf, ob ich zuschieße. Oh, Achtung, Hunter auf mir. Oh, ein komischer Typ mit Kapuze. Recht herzlich, danke. Ein Drogenjunkie hat dich angesprochen. Ja. Ein Drogenjunkie? Oh, Achtung, Charger. Hör da. Schön. Äh, wo ist das Munitionsding? Wo hast du's hingestellt? Warte, äh, ich hab's noch hier, warte. Das kannst, ja genau, das kannst du auf den Boden stellen. Munition aufstellen. Okay, das steht da. Und jetzt können wir jetzt alle Brandmunition nehmen und die ballert auch nochmal rein. Oh, das Auto, das ist quasi das Auto, was rot blinkt. Bitte nicht abschießen. Dann geht nämlich eine Alarmanlage los. Wer hat da gerade drauf geschossen? Wer hat da gerade drauf geschossen? Ich, sorry, ich hab nur schließlich gehört. Wir sehen. Was ist denn mit der los? Okay. Die, die will irgendwie nicht sterben. Ich hatte die ganze Zeit im Visier und die läuft. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ist noch ein Molotov. Der hat am, äh, Zelt sind, weil ich, ich hab eben davor. Als User, willst du geheilt werden? Ich hab ihn eigentlich gerade geheilt und mein Medikit ist auch weg, aber er hat irgendwie kein Leben dazu bekommen. Ja, Skill. Wow. Okay, rein da, da ist schon der Safe-Haus, da hätten wir das auch geschafft. Ach, ist ja schon wieder dieser Safe-Haus. Wo, wo höre ich denn diesen Jockey hier? Hey. So. Mein Safe-Raum. Hey, ich will da rein. Was ist denn gerade jetzt hier, Scheiße? Komm, komm, komm. Dieser Safe-Raum ist zu klein für uns vier. Nein, was? Oh. Hauptsache der Vis-Jockey noch am Start hier. Der DJ wollte auch im Haus sein. Ja. Oh, ich hab leider nicht viele getötet. Schade. Woran das wohl lag? Du bist auch jedes Mal resettet, wenn du neu joinst. Also, das wird die erste Zeit, die wir gehört haben. Alter, der Kachen, der ging ja richtig ab hier. Oh, ich geh steil heute. Ja, du wisst. Nee, der User ist jetzt hier. Achso, der hat die Witch gecashed. Genau. Gecashed. Gesnackt. Jäger. Verzaubert. Die Witch gesnackt. Verzaubert. Gesnackt. Ey, ist der Hammer, Alter. Das ist so schlecht seit hier. Es geht gleich, wenn du rumkommst. Nicht mal an, nach B. Leia. Ja. Cool. Ne, dann beenden wir mal die Folge einfach, oder? Ja, ich würde dich auch mal sagen, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Haut rein. Tschüssi. Amen.